Aber lassen wir das jetzt noch nicht, lassen wir das jetzt noch nicht besprechen, bevor es so weit ist. Es war so gut für Daniel zu sehen, dass du wiederholen. Er braucht das mehr als alles. Ich bin sorry für dich in die Probleme. Du hast dein Best für uns getan, und du wirst nicht sein, was kommt. Wir machen es für einen Tag. Once die Mühe hat sich getrennt. Take care. And talk soon. Sean. Hey Mama, ich weiß, du kannst mit Wort besser umgehen als ich, aber trotzdem los geht's. Es war so gut für Daniel, dich wiederzusehen. Das hat er mehr gebraucht als alles andere. Aber es tut mir leid, dass wir dich in Schwierigkeiten gebracht haben. Du hast dein Bestes für uns getan und vernietest das, was kommt, nicht. Wir machen es wieder gut eines Tages, wenn die Aufregung sich gelegt hat. Pass auf dich auf und wir sprechen uns bald. Sean. Ich weiß, das habt ihr gerade schon auf Englisch gehört, aber ich habe hier mal Übersetzer gemacht. Ich habe mich befürchtet. Schau an das. Sie werden uns niemals allein verlassen. Die Polizei sucht Familie nach Feuer in Nevada. Nachdem ein verdichtiges Feuer eine Kirche in Haven Point Nevada zerstört hat, sucht das FBI und die Polizei von Nevada nach einer Frau und ihren zwei Söhnen Teenager-Alter. Die wird nicht ewig sitzen, trotzdem. Die wird nicht. Das ist die. Das hatten wir schon. Die, die die Backplätze sind. Die, die die Lila ist. Ich gehe nicht um den Brief an. Die. Die. Das ist schau, dass alle. Die. 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 Hey Mitbewohnerin, ja, ich weiß, New York im August ist beschissen, heißt, du meintest, du magst die Hitze, doch meine Wohnung unterm Dach kann echt andrückend sein. Ich will dir nicht unter die Nase reiben, aber Aspen ist mein neues Zuhause für den Sommer. Tagestemperatur 21 Grad und Jacuzzi am Abend. Klingt fantastisch. Anthony's Heim ist eher eine Skihütte. Nächstes Mal kannst du vielleicht mitkommen. Zuflucht für den Poeten. Das beste Heilmittel für die Schreibblockade. Und bitte sag mir, wann du mir die Miete für den August zahlen kannst. Die brauche ich unbedingt für den nächsten Monat. Und hier in Aspen. Ich sehe dich am 5. September statt am 4. Also sei bitte angezogen. Ich werde dich fern von Ärger und ich denke diesmal daran, meine Babys zu gießen. Hab dich lieb, Emma. Wer auch immer. Sehr geehrte Mrs. Weinholz, entsprechend unserer Unterhalteren 10. Juni und ihres Unvermögens, ihr Provisiermanuskript Der andere Weg zum vertraglich festgelegten Zeitpunkt dem 1. Juni 2010 im Ravensburg Verlag einzureichen, trotz wiederholter Versuche entgegenzukommen. Bereuen wir es, sie darüber zu informieren, dass dieser Vertragsbruch bedeutet, dass wir die Sammlung nicht länger als Teil unserer Reihe neuer Poeten herausbringen werden. Wie in Abschnitt 6 unserer Vertrag ist festgelegt, siehe Kopie im Anhang hat der Hausgeber das Recht auf die Erstattung des vollständigen Vorschusses von 10.000 Dollar, falls der Autor das Manuskript nicht zum Vereinbarten Datum liefert. Wir fügen diesem Brief ein Formular und einen Zeitplan für die Rückzahlung bei. Wie in Abschnitt Stachmicht wurde unseres Vertrages festgelegt, siehe Kopie im Anhang feiern die Rechte für ihr Manuskript an den Autor zurück, sobald der Vorschuss vollständig erstattet wurde. Falls Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sie sich bitte an unsere Rechtsabteilung. Wir wünschen Ihnen nur das Beste für die Zukunft, mit freundlichen Grüßen aus der Mo-Poesie-Editor Ravensbury-Vanark New York. Das Geld hat sie wahrscheinlich nicht zusammengekommen. Ich wollte nochmal da hinten nachschauen. Ich gehe nochmal die Straße lang, da hinten wollen wir noch nicht. Wenn wir da mal lang dürfen. Das Old Shirt haben wir gesehen. Okay. Dann habe ich wohl nicht so viel verpasst. Ah, okay. Unsichtbare Wand. Zu dem Wohnware sollen wir nicht hin. Zu dem Haus auch nicht. Ah, okay. David. Hi, Sean. Hey, Leute. Vielleicht werden Sie sehen einige von Ihren Begrüßen in Mexiko. Nach David sehen. Ich komme nach vorne zu sagen, Adios. Wir gehen heute ab. Nein, du bist nicht. Wir gehen heute ab. Wir gehen heute ab. Alles okay? Ja. Es ist einfach... Es ist Zeit, um zu gehen. Oh, shit. Ich wünsche dir und Daniel noch lange bleiben. Danke. Aber die schneller wir crossen die Grenze, die besser. Keine Wörter. Keine Wörter. Keine Wörter. Keine Wörter. Keine Wörter. Das ist alles, was wir machen. Wir schreien von drüben. Auch den alten Kamm. Auslöten. Ein. Wir kriegen Nachrichten von uns. Wollt uns uns. Wir versuchen. Ich bin glücklich, dass dieses Ort unsere letzte Erinnerung sein wird. Du und dein kleiner Bruder werden hier immer Freunde haben. Und ein Haus. Aber bestimmt nicht die beste Erinnerung. Ich bin fertig babbeln. Ich liebe nur die Grüße. Ich weiß, dass ihr beide ein großes Leben in Mexiko habt. Auch wenn es da Ärger gab. Aber die Leute. Wir werden es funktionieren. Shit. Ich werde euch vermissen. Ich wünsche euch euch. Warte. Du hörst? Warte auf Daniela. Er braucht euch. Sei sicher. Und schreib uns eine Postkarte auf die Straße. Das wären wir. Wir sind ein paar nette. Die sind echt nette Leute. So. Joan. Wo bist du? Ah, Daniela. Ja. Die sind echt nette Leute. Ja. Wo bist du? Was? Können wir hier mal kurz schließen? Ähm, ähm. Können wir hier mal... uns abschieben? Ah, ja hier. Was ist passiert? Ich bin... ich schaufe den Baby mit dem Hintergrund. Also... Was glaubst du? Es sieht sehr cool. Ich kann totalen wissen, was du tun. Oh, gut. Das macht eine von uns. Aber ich mag es. Natürlich. Du und Daniel... ...wir haben mich inspiriert. Ich mag es. So, you guys leaving now? Yeah, just wanted to say goodbye. That's sweet. You're so sweet. Your brother is so sweet. Having you boys around was the sweetest thing. This is for all your help. Really? Whoa. That's great. Do I get anything? Oh, your name is on a way bigger sculpture for everyone to see. That's true. I didn't think about that. Your brother needed a little something to remind him of the artist inside. Wicked. Okay. One big hug. And get out of here before we all start crying like babies. Thank you, Joanne, for everything. Just please take care of yourself. And my special apprentice. No worries. We always do. Hey. Is it okay if I hang out a bit longer? If it's okay with her. Are you kidding? I need more help. So long, Sean. Don't be a stranger. We help Joanne set up this giant vacuum with binoculars, as David calls it. Hey. Oh. Need any help? Just checking out the levels and cleaning up the filters. So. Do you think your truck will make it all the way to the border? Oh, it will. It's never filled me before. How long have you been driving? I think he will not be able to keep us here today. I think he will not be able to keep us here. Dad taught me, but. I always had other plans. We didn't go cruising too much. Esteban was obsessed with his engines. That doesn't mean you had to be two. Yeah. Yeah. He only wanted me to find my own way. Whatever that was. Wish I had more time. Listen, Esteban loved you and Daniel for exactly who you are. He would be proud that you're going back to his homeland today. Did you guys ever go to Mexico together? We talked about going, but never did. He said growing up there was hard. But he loved it. I don't know anything about Mexico. It's scary. Sean. You're carrying the weight of two people on your shoulders now. It's okay to be nervous. Ah, yeah. I hope that they find out there a way to find out there and we don't know where it comes from. But you do know that you're going to find out there for each other. It can't be a long way to go. At some point, Sean has to do his own life. At some point, when they're there, they have to find a family. Or that the father has to do, maybe some acquaintances or acquaintances. He has to do something like that. That's what he has to do. Sean can't even take off the thing. He is a brother, no father. Definitely has to do something there somewhere. Something to give. I just want to get this shit over with. So we can start over. If we can. Your brother is sure isn't a little kid anymore. He had to grow up too fast. And Sean auch. And you guys are going to have to work together. He is also not my old. He may even help you make it. Maybe you're right. You'll figure it out. Like you always do. Okay. I'd better get back to my tune-up. Hey, don't forget to see David. I will. You'll notice now. Well, where is that now? Where is that now? Here. We had an email from home. There were you not going to get right away. I'll get back to my iPhone. Oh mein Gott was macht was macht denn hier ich glaube die ich glaube die ich glaube die steuerung hatte irgendwie ratten um wonder where david got this police scanner okay how does this thing work okay we gotta search between 140 and 160 uh no that was another classic from the good times das musik still not the right one and here you go another hit from the backwoods on dusty rock nope definitely not mls we've got reports above exakt now we can spy on the cops all the way to mexico das ist nicht schlecht dann wissen wir wann sie kommen das ist gut was sie eingeschickt haben das wird uns noch hilfreich sein sehr geehrter herr merzen beigefügt finden sie ihren neuesten einzahlungsblick von der stadt arcadia bay wie im schadensersatzausgleich verhandelt bitte stellen sie sicher dass der betrag korrekt ist und dass ihre bank die letzte einzahlung erhalten hat falls sie fragen haben sollten kontaktieren sie uns bitte von montag bis freitag 8 bis 17 uhr mit freundlichen grüßen das wird in der nacht ausversicherung portland oregon märzen 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 das sagt mir doch irgendwas irgendwelche nahmen märzen ist er märzen muss das ist ja noch mal jetzt märzen nein nein nicht oder die war noch die war noch aber er ist doch nicht das ist doch david märzen hieß so nicht der 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 typ der typ von life is strange 1 der stief den david märzen ist das ist das david märzen aus der wird es nicht rausgehen um zu helfen ich wollte jetzt hier kurz wollen wir noch weiter umgucken kann das jetzt noch kann das sein und ich will noch mal rein ich will noch mehr rausfinden das wichtigste haben wir noch mal rein es ist die fastest route when you get there cross between these two stations naja das ist jetzt mitglässt das ist nicht der übergang zu zum wettgang sein genau das ist Natürlich. Ich denke so. Sean, du musst wissen, du bist doch nicht der Polizei, oder? Du hast hier nur eine Chance. Ich versuche nicht zu sein. Nur ehrlich. Ich weiß, David. David. Hier. Ist das, ist das, ist das? Hattest du meine Tochter, die hier ist? Ja. Ja. Ich habe mich überrascht, als die Kärin mit ihr kam. Aber nachdem du und deinen kleinen Bruder für einen Moment, ich glaube, ich verstehe, was du durch. Als unsere Stadt wurde... ...destroyed... ...dass... ...hurricane... ...die meine Tochter und ihre Freundin waren... ...die einzigartigte. Wir verloren. Alle anderen. Sorry. Stuttgartner. Sorry. Stuttgartner. Ich liebe sie. Ich liebe sie, weil sie wegzuhren. Sie fangen die Straße direkt an. Sie haben sie wegzuhren. Sie haben sie nicht zurückgekehrt. Ich habe sie versucht, sich wieder zurückzuentwickeln. Es ist tatsächlich David Madsen. Oder ein weiteres Überleben. Was ist denn, was du entscheidest? Ups. Sean, ich werde alles, was ich kann, um zu helfen, um hier rauszukommen. Das ist das, was ich zu sein. Aber ich möchte dich direkt mit dir. Okay? Ja, natürlich. Ich weiß, dass ihr alle verabschiedet habt. Aber du glaubst, niemand wird dir glauben. Aber die Wahrheit ist auf deinem Seite. Du und Daniel können nicht nur für immer schlafen. Ist das, wie du dich in 10 Jahren sehen möchtest? Wenn du aufstehen kannst, kannst du frei sein. Nein, das ist ganz... David, ich weiß, du bist ein Vollrang. Ich kenne dich aus Teil 1. Kompletter Vollrang. hämm... Was ist der Polizei sich und der der Polizei sich zu stellen? Nein. Auf kem, auf keinen Fall. Nach dem, was wir gemacht haben. Wir haben noch Kürchen hinter central gebrannt. Du musst das nochmal aufziehen. Wir haben in Drogenfarben gearbeitet und so weiter. Es ist... Das ist, wir sitzen lebenslang, wenn wir uns der Polizei stellen. Ich weiß, wir müssen vollhören, aber nein. Ich verstehe. Ich mache es. Ich versuche, der Adulter zu sein. Du bist zu jung, um mit all dem Alltag zu sprechen. Und Daniel ist großartig. Zu großartig. Nein, nein, wir werden es nicht. Das ist, dass... Der Polizeizustand kommt überhaupt nicht in Frage. In keinem Sinn. Und du wirst uns nicht verraten. Du wirst uns nicht an die Polizei verraten. Aha. Dann kann ich mich nur ein bisschen umgucken. Ich will mich da drinnen noch umgucken. Da wird es hohen warm. Können wir rein? Können wir nicht? Es ist gerade wieder abgeschlossen. Oder ein Telefon hier drinnen. Wollen wir ein bisschen lauschen? Das ist Chloe, mit der in dem ein Telefon mit der telefoniert. Oh, wie schön. Das muss David Metzen sein. Das Brett kennen wir. Panamod, oder? Ein bisschen mehr lauschen. Ja, gotcha. All right. Take care then. Wish Max luck for me, okay? Oh, wie schön. Schade, dass man die nicht sehen kann, dass wir die treffen können. Oder wir tun es noch an der Grenze, aber... Ist das toll. Nur mit kleiner Anspielung. Never strange, strange eins. I hope the UFOs are listening. Können wir rein? Ich würde gerne noch... Bin viel zu früh raus hier. Ich würde nur kurz mal überprüfen, ob draußen in der Davids Auto dran steht. Davids Wohnwagen. Das war mir nicht klar, als David gesagt wurde. Das könnte... Mir hätte ich gar nicht mehr... David Metzen. Du alter Vollhung. David. Und wir können hier nicht mehr rein. Wie schade. Wird noch mehr rausfinden. Irgendwie hier irgendwo... Hätten wir noch Hinweise gefunden. Noch ein paar Bilder. Bilder von Max und Chloe. Ist das scheiße. Okay. Ich hoffe, das hört man nicht zu sehr. Das ist hier mein PC gerade. Ohne anstrengend. Das ist hier mein PC gerade. Das ist hier mein PC. Und das ist hier mein PC. Ich habe Leute per unutk Cadún이죠. wenn ich einen PC abgeholt habe, Aberc efforts mit um dia vor vor. Ich hoffe, das war Teams. Ich hoffe, das war heuteимо receipt. Ich hoffe, das war quarant��고 sauer. Das war in Including我有eisu. Also, ich hoffe, das waracceptabadian. Und auch hier9 evolution. Also, geht los wiederkept. Erst appli Budasen. Und das ist dasJake. Und das war dobre. Vielen Dank.